Jawoll Okay Ähm Ich würde natürlich hier wieder zurück wollen Ich habe nur die Sorge, dass wir dort vergehen Ich hoffe es gibt dort auch einen Schrein, oder? Äh, einen Schrein, nein Nachtaktiv, tagsüber wirst du ihnen nie begegnen, okay Ich hoffe es gibt dort irgend... Ah, warte mal Oh, jetzt bin ich total hin und her gerissen Es gibt zwei Sachen, die ich gerne machen wollen würde Das eine wäre Meine Sachen verbessern, dafür müsste ich In diesen Wald Wenn ich zum Teufel wüsste, wo dieser blöde Wald Ist, Bubinga-Wälder Ginabi-Wald, Dormi-Wald Expa-Wald Buchland-Ebene, bla 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 Morgosee Sind hier noch Wälder? Hylia-Fluss Kröch, Wald der See Weiß ich nicht Über die Zitadelle der Zeit Singvogelwiesen Weil Hier hinten dran gibt es ja auch noch was, ne Da würde ich gerne auch hin Vielleicht aktivieren wir das Ding da oben erstmal Spurtfallchen Das wollte ich Num nehmen Nicht mehr, nicht weniger Welche aktivieren wir echt Das da hinten Müssen wir zwar klettern Und ich weiß nicht, ob wir es aushalten Mit der Hitze Aber es wäre ein Versuch wert Oder wir können uns nochmal hier Erfragen, ob wir Ähm Irgendwas kaufen können Guck mal, hier ist noch jemand Wow Oh, das freut mich Ja, da muss ich sagen Ich bin für alle da Also kann ich mich direkt zu Kaufen, Mann Fünf Holzweiler Kaufe ich mir Naja, gib mal her Okay Und ich möchte noch was verkaufen Ich habe nämlich ein paar schöne Sachen gefunden Uah Abwart 210 Rodonit Ich verkaufe den Schabernack erstmal Am Ende werde ich den noch brauchen Ich sehe es kommen, Alter Aber das Geld ist doch schon mal gut Da haben wir über 1000 500 Das ist so ein Wahnsinn Gut Danke Lass mal gut sein Tschau, Bruder Okay Ich brauche hier eine Rüstung Eigentlich Und das ist so mein Problem Gerade Achso, Moment Wenn ich jetzt gerade hier runtergehe Dann werde ich mir Einen Pferd holen Ihr wisst ja, wo es ist Mitnehmen Abholen Jo Abfahrt Danke Ja, ja, ja Alles gut Danke, Bro Danke, Bro Komm mal her Hübschi Jo, ciao Mach's gut Ich würde Also hier gibt's noch Tempel Aber Die machen wir dann Okay Es heißt Vorsicht Kann das sein? Ist mir egal Stopp Was ist denn? Was ist denn? Boah Okay Okay Und cool Kriege ich Kriege ich gerade Leben hier Leben hier Okay Das ist nice Ich habe ein Rodonid bekommen Okay In der heißen Quelle Das Ah Moah Das ist geil Ist auch cool Da gehen zwei Leute spazieren Ich weiß nicht wo wir hinkommen werden Ich werde jetzt einfach mal reiten Ähm Oh da vorne ist ein aktives Fee Oh nein Oder Schleimgelee Okay Da vorne ist ein aktiver Okay Ein Apfel und eine Eichel Okay Bernstein Yeah Oh fuck Und der bewegt sich noch Es ist noch viel schlimmer Dass er sich bewegt Warte mal Stasis Modul Nein 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 Mach das weg Nein Kann ich nicht Der sieht mich nicht Hallo Fuck Ich schieße gegen das Ding da Mein Bogen ist kaputt Na Ja Jawohl Wir haben ihn zumindest So kaputt gemacht Aber wir haben ihn nicht getötet Das ist das Schlimmste Aber wir können ihn damit auch Kaputt machen Wie ich sehe Ich kann ihn mit dem Wir haben mit dem Muschling Großpferd Ich kann ihn mit dem Whoa Oh no! Oh no! Okay! Den haben wir platt gemacht. Also... Es hat zwar viel gekostet, aber es hat geklappt. Oh, war das anstrengend, Junge! Das war wirklich nicht einfach. Aber irgendwie hat es geklappt. Ich habe zwar gefühlt alle meine Pfeile verschossen, aber... Ist noch ein Glutling? Ah nein! Puh! Das Dumme ist natürlich, dass er sich bewegt hat. Hallo? Danke. Okay, also hier wird es noch... Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so... Ich reite einfach mal weiter, auch wenn ich jetzt hier vieles einfach sitzen lassen muss. Oh Gott. Hier gibt es auch... Gib Gas, Junge! Junge! Oh! Da hinten ist das Ding. Ist nicht mehr weit. Es wird zwar immer wärmer, aber es ist nicht mehr weit. Oh Gott! Stopp! Gut! Hier geht es ohne Pferd weiter, wie ich sehe. Ah! Fleisch! Edelgeflügel! Edelgeflügel! Mmh! Lecker! Ah! Da muss man ohne weiter... Wie gesagt, ich kann euch nicht sagen... Alter! Alter, hier gibt es so viel Edelzeug! Oh nein! Ihr seht, was da vorne läuft, ne? Oh! Mein Schild ist zerbrochen und alles. Warte mal! Okay. Oh nein! Da sind ein paar Sachen runtergefallen, die ich gerne hätte. Na gut, okay. Geht halt nicht anders. Ich... will halt sehr gerne das Ding da haben, wenn es klappt. Das ist ein Rüstling. Wir könnten uns theoretisch jetzt so einen Trank mal reinpfeifen. Aber doch. In drei Minuten. Und da rennt das dumme Ding rum. Ich will das jetzt nicht bekämpfen, weil in drei Minuten schaffe ich es nicht hoch. Wenn ich den noch auf die Nase hauen muss. Oh nein! Wuhu! Was macht hier ein... Whatever, Strauß? Nein! Ah, schade. Okay. Einmal Steinsalz. Herzlichen Glückwunsch. Egal. Ich will da hinten rüber. Mir ist es egal wie. Ich habe meinen Brandschutz extra dafür ausgepackt, damit ich nur das dumme Ding da hinten bekomme. Aber... Mehr will ich eigentlich gerade gar nicht. Also ich bin schon mal am Turm. hier. Ich bin schon mal am Turm. Ich bin schon mal an der Schrauben. Okay. Runter. Eins. Zwei. Drei. 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 Fünf. Sehr gut. Ja, das klappt doch. Okay, 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 okay. Passt. Oh, uh. Lansam decken wir die ganze Karte auf, würde ich sagen. Das finde ich gut. Jetzt bin ich gespannt, ob es hier irgendwo ein Dorf gibt, weil da müsste ich eigentlich hin, um wahrscheinlich eine Feuerschutzrüstung zu bekommen. Datenübertragung beginnt, ich weiß. Das sollte. Sehr schön. Okay, also es gibt ein Dorf. Das ist aber ziemlich weit hier, ne? Das ist der Dorf. Dann würde ich sagen, wir versuchen mal hier hin zu kommen. Ich hoffe nicht, dass es irgendwo ganz komisch weit weg ist. Ist eigentlich da lang. Ähm. Ah, das ist ein bisschen da lang, würde ich sagen. Warum ich da hin will. Oh. Irgendwo hier ist ein Schrein in der Nähe. Mhm. 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 Da vorne ist es. Boah, wenn ich das schaffe, irgendwie. Mache ich drei Kreuze. Aber ich weiß nicht, ob ich da, wenn ihr versteht, was ich meine. Klappt das? Nein. Ich wollte es probieren. Man muss ja wissen, was man kann und was man nicht kann. Okay. Dann würde ich noch warten. Ich glaube, das ist hier einer der letzten Tempel, die man macht. Die Feuersache hier. Weil hier laufen so viele Wächter rum. Grundsätzlich hier im Norden, ne? Bin ich da richtig, dass hier grundsätzlich viele Wächter rumrennen? Also ist das so, trügt mich da mein Gefühl? Oder ist es wirklich so, dass man hier einfach mit vielen Wächtern einfach konfrontiert wird? Warte mal. Kann ich hier einfach stehen bleiben? Ja. Okay. Ähm, joa. So ungefähr. Da hinten ist diese Verheerung Ganon. Wir müssen hinter Hyrule quasi. Also hinter Schloss Hyrule meine ich. Nicht hinter Hyrule. Hyrule. Hinter Hyrule ist ein bisschen schwer, aber ihr wisst, was ich meine. Was das auch hier immer ist. Ich nenne dich mit, Junge. Eins, zwei, drei. Dann laufen wir hier hoch. Bop, 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 bop. Ah ja, da hinten ist sogar ein Turm. Dann holen wir uns direkt den Turm. Oh ja. Moblin. Sind hier also auch unterwegs, die Tippen. Ich versuche darüber zu kommen. Alter, voll die Kletter-Action. Hau mal. Also, dass wir jetzt den einen echt erledigt haben, freut mich sehr. Ähm. Ich habe gedacht, das wird irgendwann erst möglich sein. Ja, tatsächlich ist es halt so. Man muss halt ein bisschen draufhauen, ne? Also meine... Das sagt mir jetzt zumindest das Spiel. Oder das ist mein Eindruck jetzt gerade davon. Was ich mir denken kann, ist aber, dass es irgendwann ein bisschen einfacher wird. Also irgendwann meine ich jetzt halt... wenn man vielleicht noch das ein oder andere Gegenständchen da erkaufen kann bei diesem einen Dude, wo man die Flamme entzünden muss, wo ich noch immer nicht weiß, wohin. Ah ja. Ui. Nett sieht die ganze Story da hinten nicht aus, aber wir machen das mal. Oben ist auch was. Wollen wir mal gucken? Ja. Ah, da rechts ist ein... Das ist der Dekobaum, der Alte. Oh, das wäre ja... Oh, guck mal. Da vorne ist ein Feuer. Vielleicht schaffen wir es und dann können wir nochmal hochfliegen. Würde ich eigentlich ganz geil finden. Okay. Hat nichts gebracht. Ey. Hinten ist wieder so ein komisches Ding, was da rumräuchte. Das hört sich nicht gesund an. Meine Güte. Ich will doch nur auf den blöden Turm. Moin, Meister. Wow. Elektro. Natürlich. Natürlich. Ah. Da unten schlug was rum. Habe ich keinen... Habe ich gerade keinen Bogen? Ach stimmt, ich musste den ja ablegen. Da sind wir sonst flöten gegangen. Ich habe keine... Warte mal. Nun. Ii. Was könnte... Ich habe zu spät gedrückt. Das war mein Fehler. Okay. Passt. Der Rest ist mir egal. Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020